Ja. So. Zack, zack. Richtiges Wasser. Kurze Fix und Foto und Geist. Das ist John Jones. Für die Person, die allein zu antworten. Ich geh schon mal auf die Suche. Ah ja. Ich bin dabei. Also ich habe es leider natürlich und selber. Ja, ich habe auch ein bisschen mit meiner Mutter zusammen gefeiert und Weihnachten gefeiert. Ja, kann ich sagen, zusammengesessen und ein bisschen so, Mensch, ehrlich, nicht gespielt und so. War ganz okay. So, ich muss jetzt leider... Ich habe jetzt noch gerade meine Katze bei mir, deswegen bin ich noch ein bisschen inaktiv, was das Spiel betrifft. Also nicht wundern. Hä? 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 Wer sind Sie? Äh, ich bin... Claudia. Ich bin Claudia. Okay. Ich dachte, ich... Ich verstehe nicht, was du da schreibst. Aber mach du mal. Ja, mach du mal. Okay. Meister! Meister! Meister, wo sind Sie? Meister! Meister! Und eigentlich mit zu spielen. Aber was geht mit dir? Meister? 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 Was willst du? Ja, ich bin zu spät. Wo ist mein Meister? Meister? Welcher Meister? 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 Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich wollte nicht zu spät sein. Bist du hier? Ja, ich bin hier. Ich bin hier, Meister. Was geht denn mit dir? Meister, ich bin hier. Rede nicht mit meinem Meister. Nur ich darf mit meinem Meister sprechen. Geh weg von mir! Geh weg! Meister? Töte mich! Töte mich! Töte mich bitte! Bring mich bitte um! Meister? Bring mich um! Nein, Meister! Bring mich bitte um! Bist du hier? Bring mich um! Geiler Troll! Geiler Troll, die eine Eigenliebe da macht! Meister! Ich beschütze sie! Mach ich dir zu! Bist du hier? Meister, nein! Töte mich! Bitte! Erlöse mich von dem Bösen! Was ist los? Nein, ich bin doch bei dir! Meister! Wo ist denn der? Ja, hier! Wo? Genau! Ja, ich bin hier! Hier irgendwo! Hier? Hier ist sieben Grad! Oh, was? Ist hier der Dämon, den wir beschwören, Meister? Ja, den beschwören wir! Du musst genau hier stehen bleiben und warten! Das braucht ihr, Meister! Ich brauche euch alles! Bleibt hier! Ich hole alles für euch! Alles für euch! Er macht das gut, ne? Der macht das echt gut, ne? Ich hab, wie? Ich hol das WeChat-Brett hoch! Was soll ich nehmen, Meister? Was braucht ihr? Wir? Weißen! Wir? Wir? Wir und der Weißen! Ich nehm mir Kerzen mit! Kerzen, Fotos, äh, Motorbarat, Kamera! Ja, ich nehm alles für euch, was ihr braucht! Der macht das echt gut! Der macht das echt gut, ey! Der macht das echt gut, ey! Lacht meinen Meister nicht aus! Sonst fress ich euch! Ich lasse euch mit meinen langen Fingern in das Gesicht aus! Was? Draußen! Hier ist er! Da ist er! Draußen! Ich hab ne Kerze mitgebracht! Mein Meister muss... Mein Meister muss... Mein Meister muss... Mein Meister muss euch herein bitten! Ich hab die Kerze vollen lassen! Meister? Oh Gott, das brettet alles ab hier! Meister, ich bin bei euch! Oh! Hallo! Oh, was ist das, Meister? Oh! Was ist das? Was ist das? Ein Witcherbrett! Meister, wo soll ich die Sachen hinstellen, die die ihr von mir verlangt? Hallo! Witcherbrett! Hallo! Meister? Hallo Witcherbrett! Äh, äh, äh... Hier drin! Ja, das beste zu Weihnachten ist immer das Essen! Aber das ist... Oh, ich hab noch Rouladen! Meister! Ach, das war so lecker! Ja, auch diese Ruhe! Hallo! Was braucht ihr noch, Meister? Was braucht ihr noch? Meister? Gib uns ein Zeichen! Was ist Meister? Ist das? Da ist Meister! Nein! Ist das? Meister! Was braucht ihr noch? Oh! Das Licht flackert! Meister? Was macht ihr da hinten, Meister? Nein! Wo ist mein Meister? Wo ist mein Meister? Wo ist mein Meister? Warum? Der böse Geist kommt! Das ist der Dämon, der mein Meister gerufen hat! Meister ist es! Ja! Er hat ihn gerufen! Um die Welt zu verschlingen! Alle Menschen werden geknechtet! Meister! Der macht das gut, weiß man! Meister braucht ihr Hilfe! Meister? Ja! Ich spielte ja eh noch länger! Dann meister doch! Dann meister doch! Dann meister doch! Dann meister doch! Dann komm ich wieder! Ja gut! Okay! Ja, würde mich freuen, wenn du dann gleich wiederkommst! Dann viel Spaß beim Film gucken! Meister? Meister? Der hat hier ein Buch geschrieben! Der ist hier! Der ist hier! Der Geist! Nicht da hinten! Keine Ahnung was er hier drin gemacht hat! Bitteschön weiß man! Wo soll ich hin? Am Herzen zum Truck! Ich gebe uns ein Zeichen! Soll ich jetzt was holen, Meister? Was wünscht ihr? Sag mal, was soll ich auf Elm, Junge? Genau! Sprecht nicht zu meinem Meister! Bleibt hier drin! Ihr seid verdammt! Ihr seid verdammt! Ihr seid verdammt! Ihr seid totes verdammt! Ihr seid totes verdammt! Ihr seid totes verdammt! Der Dämon wird euch holen! Ihr seid das erste Opfer! Meister? Jan, gehst du ab! Alles! 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 Wie Meister! Wie Meister vorhergesagt hat! Geister Orb! Wann kommt der? Wann kommt das Böse? Oh! So soll er endlich gefressen! Geister Orb! Meister, was soll ich mit hochnehmen? Was braucht ihr? Bitte sagt doch, was ihr wollt! Was braucht ihr denn noch? Das ist... Kurzwechsel braucht ihr trotzdem mitnehmen! Ja! 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 Ich nehme ein Kruzifix hier! Wo hat's Kruzifix? Meister! Ne! Meister! Ich finde es nicht! Oh! Was soll ich machen? Du! Gib mir das Kruzifix! Ich! Gib mir das Kruzifix! Ich! 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 Ja, bald wird das der Dämon die Welt einsuchen. Meister, ich hab das gut zu wenigstens, wie ihr verlangt habt. Mann, weißt du? Ja, ich mach's irgendwo hin. Okay. Natürlich, Meister, ich hab's hingeschmissen. Wir haben ja fünf, das haben wir ja schon, ne? Dann haben wir ja alles. Okay, dann nass. Okay. Was ist los? Wir haben alles. Okay, Meister, das ist ja wieder. Ja, gehen wir wieder. E-MF, fünf. Geisterbox, Geisterbox. Bisschen Schade. Geisterbox, Geisterbox. Nein, Geisterbox. Geisterbox, Geisterbox, E-MF, fünf. Nochmal, was ich mit dem Kommen, weil ich so viel geredet hab. Und der Herrgut so viel geredet hat. Geisterbox, Geisterbox, E-MF, fünf. Meister, ihr seid so intelligent. Ihr seid so schlau, Meister. Was hat der eigentlich immer mit Meister? Wir lieben euch. Wir lieben euch, Meister. Da, um, Meister, redet euch nicht schlecht. Waschbecken, Kruzifix, machen Sie ein Foto vom Geist. Genau, mach mal ein Praktikant, das Foto hier. Ich soll das machen, Meister, ja? Ja, machen wir ein Foto vom Geist. Was, ich muss ein Foto vom Geist machen? Ja. Ja, mach mal, mach mal. Ich mach alles, Meister. Mach mal. Und suche ein dreckiges Waschbeck. Ja, wie warten wir auf dich? Ihr seid nicht mein Meister. Ihr seid nicht mein Meister, seid still. Oh, such jetzt. Sei still. Nur mein Meister, sprich mit mir. Meister, ich komme direkt nieder. Ja. Sag mal, nett, neuner am Scherbel, oder? Bisschen. Ja. Lustig. OMG. Ich glaube, der hat irgendwelche falschen Filme geguckt, oder so. Ich glaube, der hat zu viel Herr der Ringe geguckt. Gollum. Ja. Ja. Vielleicht sucht er gleich noch nach dem Ring, oder so. Muss nur sagen, muss nur noch Ringen sagen, warte mal. Na ja, sag ihm mal. Und nach Ringen suchen. Ach, Quatsch. Ich bin froh, dass ich Ruhe habe von ihm. Hat er das Kruzifix schon hingeworfen? Keine Ahnung, ich gehe mal nachschauen, sonst stirbt das. Ja, die schlimme Nachteile, wenn man nicht so ruft. Ja. Was? Folge? Was? Ja, ich streame nebenher. Ach so, du streamst nebenher, ach so. Wie viele Zuschauer, ach so. Wie viele Zuschauer, ach so. Warte, ich guck mal. Ein. Das ist vier. Alle sind zu schlafen noch. Ich habe gestern bis sechs Uhr durchgemacht. Wie gerne, wo ich jetzt ein Döner essen. Er ist, äh, 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 äh. Der Geist ist, äh, mit dem Tz fix in Berührung bekommt, äh, gekommen. Ja, passt so. Aber nur noch ein Foto. Der Geist will mich, ja? vielleicht hätte der eigenliebe vielleicht hätte der einliebe mal hier bilden fressen sollen um ein foto zu machen hallo ich bin leo leona und hallo eigentlich ist man schweren trollen also er macht das richtig gut und euch auch und die anderen wissen natürlich wieder nicht bescheid wie immer wieso gibt mir mein meister kein licht ich sehe nichts mehr ja wir spielen dass wir heute zum ersten mal auf dem channel ist wir wir nehmen das Spiel halt nicht ernst wir trollen immer nur wir trollen einfach immer nur in diesem spiel machen uns immer nur lustig suchen immer irgendwelche Opa und ich sehe noch nichts ich werde nicht sterben Hilfe Ah ja Komm zu meinem Meister Komm zu meinem Meister Hilfe Ja komm Komm zu meinem Meister Hilfe Meister 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 was ist das Hilfe Hilfe Was ist das Hilfe Hilfe Aaaaaaaaah Hehehe Hast du mich erwischt Schaut mal Euer Dämon Hey Deinen Dämon Deiner Dämon hat jemand geholt Schaut mal Der wäre ja der Fallschuh Hehehe Aufgelist da Oh Mann Hab ich gut gemacht Er wurde erlöst von den Aber Meister habe ich nicht alles richtig gemacht, ich habe den Geist fotografiert. Ja, hast du sehr gut gemacht, hast du sehr gut gemacht, hört es auf dich. Ganz schnell. Meister, danke. Trick ich nun Menschenfleisch? Ich bin schnell eingetragen, erst mal die Bierdose, die hier im Schwach ist, bitte. Hast du eine Bierdose? Oh Mann, ey. Ich habe hier eine Bierdose auf den Schreibtisch hingelegt. Meine! 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 Mein Schatz! Mach immer zu, bevor es gespielt ist. Mein Schatz! Ich habe keine Bierdose. Hast du anstellt? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe nur 32 Dollar bekommen. Du bist gestorben, du Loser! Deine Schuld! Deine! Ich habe das befolgt, was mein Meister gesagt hat. Danke, du hyp хорошо machen! Du bist wütend! Du bist wütend. Und Auss whit zu sch précis. Vielen Dank.